Wie sich das anfühlt für den kurzen Moment des Zusammenstoßens mit einem Verbreich? Fühlt sich das an, als wäre es jetzt doppelt so schwer? Oder fühlt sich das an, als wäre es jetzt neunmal so schwer? Oder fühlt sich das an, als wäre es jetzt in einem kurzen Moment siebzehnmal so schwer? Was glaubt ihr richtig? Eins, zwei oder? Drei! 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 Ihr werdet für einen kurzen Moment des Zusammenstoßes bei 30, 17 mal so schwer.